Ein Wibber. Achso, falsch. So. Keine Rutsche, aber es mache ja noch andere Spielplätze. So. 9,25 Euro. 30. So, stellen wir mal eine Reinigungsfachkraft ein. So, und auch noch ein Gärtner. So. Dann wird das ja auch wieder geklärt. So. Ja, das kann man mal noch so gucken. Mal gucken, was man noch so... Ich baue mal noch einen kleinen Kiosk. Aber nicht gleich an den Eingang. Und ich würde gerne noch hier noch zwei so eine Zelt-Dinger machen. Und dahinter dann wieder Wohnwagen und diese... Oh Mann, ich vergesse das immer, wie die heißen. Mal den hier weg. Den hier weg. Hallo? Ja, genau. Den hier weg. Den. Und den hier. Das heißt... Wie ist das hier geregelt? Und... Achso, ne, ich muss noch... Weg. Machen wir das mal... So. Und so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist ja egal. Aber... Hier in ein Zelt. Hier in ein Zelt. Hier in ein Zelt. Und... Hier in ein Zelt. 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 Hier in eine Hecke. Hier in eine Hecke. Hier in eine Hecke. Hier in eine Hecke. Hier noch ein Hecker. Hier in der Hecke. Hallo? Hier in der Hecke. Hier in der Hecke. Okay. Oh, guck mal hier. Hier sind ja schon alle Plätze besetzt. Ach, das ist ja cool. Hier ist jemand drin. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Hier nicht. Hier ist jemand. Und hier auch nicht. Jetzt haben wir, also die Zelte würde ich sagen, die reichen aus. Aber ich würde sagen, die Wohnwagen erweitern wir noch auf 8. Sodass diese Hecken eigentlich nicht weg müssen. Oder muss ich die? Nö, die mache ich einfach. Hier noch Wasserhähne dran. Hier. 1, 2, 1, 2, ich schätze mal hier und hier. Mal gucken. Und ich muss erst mal die Bäume abreißen. Hallo? Und den hier noch. Dann ist es okay. Und dann können wir so aufbauen. Und dann können wir hier. Vielen Dank.